Folge den Behütern zur Quelle der Trauer. Soll ich hier rein oder soll ich da rein? Gibt's hier keinen Wegführer? Warte mal, kann man hier... Achso, das ist Stahl oder sowas. Ich dachte, da kann man durchgucken. Er sagte, die Elfen hätten sich selbst zerstört, bevor meine Landsleute auf den Plan traten. Kann das sein? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Das soll unsere Führerin sein. Mithale Nast. Das kommt wie gerufen. Morrigan ist nämlich auf eigene Forst weiter. Sie will die Quelle der Trauer beschützen. Komm gleich! Hä, wieso kann ich denn hier... Hä? Warte. Wieso kann ich denn hier was öffnen? Achso. Indem du die Ritual vollziehst? Achso, da kam... Ne, wir kamen da rein. Hä? Okay. Allerheiligstes. Komm gleich, Oma. Okay. Ich kann euch ja kurz mal helfen, oder nicht? Wenn ich schon mal hier bin. Das sieht so komisch aus. So ein dünner Elf mit so einer Riesenkeule. Ach Gott, ihr seid beide Elite, ganz ehrlich. Deine Falle! Deine Falle! Eine Falle? Okay, getränkter Firantium-Sammy. Das ist halt... Äh... Venatori. Steht in Magie oder sowas? Hier kann ich noch weiter... Okay, warte mal. Ja, dann renne ich jetzt erstmal der Alten hinterher. Unsere Führerin hier. Möck, 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 möck. Mit so einem Riesenbuch. Das Buch, was größer ist, als sie selbst fast. Da bewahrt sie ihre Kindergeschichten auf. Lauf schneller, Oma. Dieser Ort sieht unberührt aus. Ich habe schon orlysianische Paläste gesehen, in denen es weniger Gold gab. Was haben die Altelfen hier gemacht? Womöglich ging es ihnen ja darum, in Besuchern ein Gefühl der Ehrfurcht zu wecken. Nun, das ist ihnen gelungen. Mythals-Urteil. War einem des Volkes von einem anderen Unrechts... Unrecht hier überfahren. Kann ich hier was plündern, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie... Langbogen des Griffin? Der schießt drei Pfeile ab pro Schuss. Das ist richtig cool. Vor allem im Nahkampf ist das richtig gut, wenn man dann mit drei Pfeilen noch... ...sofort alle in den Gegner reinhauen. Lied an Elganan. Ne, Elganan, doch. Schleierfeuer? Och, nö. Unverständliche elfische Schrift. Komm gleich. Mosaik von Dürfamen. Du, da waren wir schon. Das sind alles Tempel, die, äh, zu den Göttern gestiftet wurden, sind. Erbaut wurden. Lol. Hauptsache, die Tür geht jetzt nicht wieder zu. Was liegt hier denn rum? Ach, so ein Venatori. Da war, glaube ich, irgendeine Rune. Hier ist ein Hebel, den wir nicht ziehen können. War hier nicht gerade irgendwo eine Rune gewesen? Ja, doch. Uralte, elfische Schrift. Das sieht aus. Sylaese. Das sind alles irgendwelche, ähm, Götter hier. Elfische Götter von früher. Unübersetzbare elfische Schrift. Ich mach der Oma hier sogar Licht. Soll ich mir mal dankbar sein. Kann ich die anschubsen? Tsch, tsch. Ey, da läuft die sogar schneller. Cool. Tüt, 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 tüt. Und Gemetzel. Im Nebenraum. Wir sollten uns beeilen. Ihre Anzahl ist nicht unbegrenzt. Wir können von Glück sagen, dass wir nicht mehr gegen beide gleichzeitig kämpfen müssen. Wir Sumil. Was? Wir Sumil? Willst du viel? Spiel mit Priel. Komm gleich, ich muss kurz mal was erledigen. Ja! Ich hoffe, die Oma vermisst uns nicht so schnell. Ist doch gut, wenn wir hier ein paar Leuten helfen, Mensch. Ein paar Alt-Elfen. Krats, krats, krats. 15 Gold ist immer annehmbar. Das ist so ein Assassine-Assassin-Verschnitt. Wo ist meine Oma hin? Vor allem habe ich meine Fackel jetzt verloren. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch eine Inschrift kommt. Hä? Hä? Meisterfter gebungener Langbogengriff. Das ist nicht schlecht. Wieso vibriert denn das hier alles? Alter, was ist denn hier los? Ähm... Die Frage ist jetzt gerade... Kann ich jetzt hier einfach so rein? Ja. Goll. Da war ein Krampf-Magier. Na, stehst du mir so. So. Folge der Behüterin zur Quelle der Trauer. Ich habe keine Ahnung, wo die ist, hätte ich gesagt. Ich habe die Jünger aus dem Augen verloren. Der Typ mit seiner riesen Keule. Ich meine, das sieht jetzt gerade so ein bisschen auf Finale aus, da. Ähm... Ähm, ähm, ähm. Dann... Da waren wir schon. Ist das hier nicht die Oma? Ja doch, das ist die, ne? Kann ich jetzt ganz kurz mal durch die ganzen Türen hier latschen? Genau. Ich glaube, jetzt geht man den Weg lang, den man lang gehen müsste, wenn man sich nicht verbündet hätte mit den Altelfen, glaube ich, ne? Wow. Ist größer, als ich dachte. Mich irritiert nur gerade so ein bisschen... Wieso ist denn hier jetzt alles so dunkel? Da kann ich lang, da kann ich lang. Oder hier geht's auch noch weiter. Hä? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ist wie diese scheiß Karte, weißt du? Hier gibt's überall... Abkürzungen gibt's überall noch. Da hat uns die Oma durch den längsten Gang gezogen, den es gibt. Hm. So, und hier war der Eingang jetzt, ne? Kammer des... ...Bestellers. Achso. Hä? Wieso ist auf der Karte da was eingezeichnet, was nicht da ist? Was soll das? Okay. Gibt's hier zufällig einen Turbo-Mode oder sowas? Damit ich ganz schnell mich wieder zurück teleportieren kann. Es wird so eine Fähigkeit geben, obwohl die gibt's ja tatsächlich, aber halt nicht so lange. Dass du irgendwo so einen Punkt markieren kannst, an den du dich später wieder zurück teleportieren kannst. Sowas gibt's ja tatsächlich. Sowas könnten wir tatsächlich sogar nehmen. Das ist, glaube ich, vom Handwerker, ne? Gibt's tatsächlich sogar... War das Handwerker? War das der Handwerker? Ja, doch, hier. Fluchtplan. Zusätzliche Dauer, fünf Sekunden. Alter, werden sämtliche Regenationszeiten zurückgesetzt? Das ist total unnütz, weil wir... ...das hier haben. Günstige Gelegenheit. Lockvogel, zusätzliche Dauer. Das heißt, wir können hier wirklich so einen Kunai platzieren, auf den Boden hauen. Und dann können wir jetzt... Das bleibt 20 Sekunden dort. Und dann können wir uns dort wieder zurück teleportieren einfach. Indem wir das dann nochmal positionieren. So ein bisschen wie Minato aus Naruto. Guck mal, hier gibt's doch noch was. Lol. Hier habe ich dann vorbeigehobbelt. Streitkolben der Legion. Was macht so ein Ding hier? Voll zwergisch und so. Ich meine, die Loots sind ja sowieso immer alle random. Davon abgesehen. So, Oma, da geht's lang und bleibt da stehen. Die Feuermine ist immer noch hier. Okay. Was ist denn hinter Tür? A oder B? Was nehmen wir? Hm. Rechts ist schöner. Cool. Voll hoch gebaut. Jetzt kommt da was hin, alle. Verhindere, dass Kalperlen die Quelle der Trauer benutzt. Die Quelle der Trauer. Ein Gemächtes Erbauers. So lebt Mythal fort. Wie konnte eine solche Magie die Zeit über dauern? So lebt Mythal fort? Ich will, dass sie sterben, bevor der Meister eintrifft. Kaltora virefen. Wenn es sein muss, schwimme ich. Die Quelle verlangt ein Gefäß. So nah. Die Quelle kennt ihr Gefäß. Und jene, die sie berauben wollen. Aus dem Weg, Inquisitor. Ich habe die Prüfungen gemeistert, vor die ihr mich gestellt habt. Und nun bitte ich euch höflich. Geht jetzt oder gar nicht. Ich habe die Prüfungen gemeistert, die ihr mich gestellt habt? Was? Aber wir kennen ja die Wahrheit. Nein, Kalpernia. Wir müssen uns unterhalten. Das stimmt. Ich hätte euch nicht für so kultiviert gehalten. Ihr dient eurem Volk. Ich gebe euch eine letzte Chance, es zu retten. Die Quelle der Trauer enthält Wissen im Überfluss. Eine Macht, die von jenen zurückgelassen wurde, die die Elfen als Götter verehrten. Das Nichts ohne den Anker zu betreten. Das ist es, was die Quelle der Trauer Korypheus ermöglichen wird. Sie respektiert mich, weil ich mein Volk respektiere. Was Kalpernia auch machen will. Halt nur für Tevinter. Wenn das so ist, warum greift Korypheus dann nicht selbst nach der Quelle? Ich werde sie wie einen übervollen Kelch zu ihm bringen. Erkennt ihr das denn nicht? Ich wusste, ihr würdet die Quelle selbst benutzen, um ihre Weisheit zu plündern und Korypheus zu besiegen. Das habe ich nicht gesagt. Aber ihr wärt kaum mehr als ein Kind, das mit einem Schwert spielt. Ein Schwert, das Korypheus meisterlich schwingen wird. So, dadurch, dass wir jetzt Vorarbeit geleistet haben... Sobald ihr aus der Quelle getrunken habt, wird Korypheus ein Ritual mit euch durchführen. Ihr werdet ein seelenloses Werkzeug. Eines Sklaven, seines Willens. Das... Wo ich herkomme, müssen solche Geschichten erst bewiesen werden. Hier, die Seite mit seinem Bindungsritual. Er hat es bei eurem Meister versucht, Erasthenes. Woher wisst ihr das? Und diese Runen. Niemand hat sie benutzt seit... Er hat so viel versprochen und es war alles gelogen. Wenn hätte es Kaffan was? Er wollte Tevinter einen wahren Führer geben. Hätte Korypheus mich missbraucht, hätte er auch sie missbraucht. Ich war blind. Deshalb habt ihr euch Korypheus angeschlossen? Für den Neuaufbau von Tevinter? Für seine Wiedergeburt. Für die Befreiung der Sklaven. Das Ende der Verderbtheit. Tevinter war die Wiege der Zivilisation. Stellt euch vor, welche Zukunft es haben könnte. Eine Geburtsstätte zahlloser Wunder, die den wilden Kunari trotzt. Ein strahlendes Vorbild für alle. Dann baut Tevinter wieder auf. Sag ich gleich... Oder ich kann es auch jetzt schon sagen. Es ist ein bisschen schade fürs Let's Play, weil man halt leider nicht so viel Gemetzel sieht. Und weil ein Bosskampf dann leider ausfällt. Weil... Ja... Vielleicht braucht Tevinter eine starke Führerin. Seid diese Frau so lange ihr noch könnt. Verspottet mich nicht, Inquisitor. Als würdet ihr mich gehen lassen. Eine gute Idee. Wir könnten zu Hause wirklich einen Reformer gebrauchen. Falls Korypheus triumphiert... Hört zu. Wenn ihn irgendeine Macht aufhalten kann, dann die der Quelle. Mag sein, dass der Preis zu hoch ist. Aber wenn ihr ihn zahlen könnt, entmachtet ihn. Vitae Benefaria, Inquisitor. Folgt uns nicht. Ich gebe euch etwas Zeit, bevor ich mich meinem Meister stelle. Danach kehre ich nach Tevinter zurück. Sofern noch etwas von mir übrig ist. Ihr habt seine Abschiedsworte gehört, Inquisitor. Der Elf will die Quelle der Trauer zerstören. Dann ist das Heiligtum jetzt also geplündert. Nur die Biss-Plan-Dinger. Ihr hättet die Quelle selbst zerstört, wenn ihr gekonnt hättet. Um sie vor euren gierigen Fingern zu bewahren. Es wäre immer noch besser, sie zu verlieren, als sie den Unwürdigen zu überlassen. Na, ihr würdet damit das Erbe eures Volkes in den Schatten verrotten lassen. Korypheus brauchte Kalpernia, um die Quelle zu benutzen. Mit ihr hat er auch das dazu nötige Gefäß verloren. Sobald wir gehen, wird er mehr Truppen schicken, um diesen Ort zu sichern. Diese Quelle gewährt Macht, Inquisitor. Und wenn sich diese Macht gegen Korypheus richten lässt, könnt ihr es euch dann leisten, sie nicht zu nutzen. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt? Ist ein Diener von Mythal am Ende seiner Tage angelangt, gibt ihr sein Wissen weiter. Hier lebt ihr. Ein Diener von Mythal? Achso, okay. Alles, was wir waren. Alles, was wir wussten. Es wäre für immer verloren. Es ist besser, das Wissen bleibt in der Quelle und wird nie weitergegeben? Ihr würdet sie eher zerstören. Es gibt andere Orte, mein Freund. Andere Pflichten. Und dort zögert ihr. Elvinan wie ihr? Ja. Wie ich. Elvinan wie ihr? Ist Elvinan nicht... Hä? Wir haben die Talressen erwiesen. Das wirkt eine Rechtschaffenheit, die ich nicht leugnen kann. Ist es das, was ihr wollt? Aus dem Virabella Sam trinken, um euren Feind zu bekämpfen? Elvinan wie ihr? Ich denke, Elvinan ist ein Gott. Soll das doch kein... Hä? Wo habe ich das jetzt in den Fall bewechselt? Oder das... Hä? Elvinan heißt... Oder heißt das Abtrünge? Ich... Hä? Keine... Nee. Verstehe ich gerade nicht. Er ist gestattet. Ähm. Solche Geschenke bekommt man nicht umsonst. Jede Gnade vom Mythal hat ihren Preis. Der Virabella Sam könnte die Kräfte eines Sterblichen übersteigen. Stellt euch ihm, wenn ihr müsst. Aber eines sollt ihr wissen. Ihr seid dadurch auf immer an Mythals Willen gebunden. Gebunden? An eine Göttin, die nicht mehr lebt, falls sie je existiert hat. Gebunden, wie wir es sind. Die Entscheidung liegt bei euch. Wäre es möglich, dass Mythal noch immer existiert? Alles ist möglich. Glaubt man den Legenden der Elfen, wurde Mythal von Fan Harrell überlistet und ins Jenseits verbannt. Die Legenden der Elfen sind falsch. Der Schreckenswolf hatte nichts mit ihrer Ermordung zu tun. Ermordung? Ich habe nicht gesagt, dass sie... Sie wurde getötet, sofern man eine Göttin töten kann. Verraten von jenen, die diesen Tempel zerstörten. Doch der Virabella Sam bleibt. Genau wie wir. Das ist doch etwas. Sie wurde also von ihren eigenen Leuten jetzt getötet? Also auch von Elfen oder was? Werdet ihr den Tempel verlassen? Unsere Pflicht ist getan. Wozu bleiben? Es gibt einen Platz für euch, Lephelin, wenn ihr ihn sucht. Vielleicht gibt es Orte, die nicht von den Schemlen befleckt wurden. Das Reich hat große Anstrengungen unternommen, um die Geschichte der Elfen auszulöschen. Ihr seid vielleicht die Letzten, die die Wahrheit kennen. Würden die Elfen eurer Länder der Wahrheit zuhören? Vielleicht. Wäre es nicht ein Versuch wert? Das wäre es wohl, Schemlen. Ja. Es mag sein, dass uns nur Utenera erwartet. Der glückselige, ewige Schlaf, aus dem es kein Erwachen gibt, wenn uns das Schicksal gnädig ist. Ihr könnt den Tempel verlassen? Einfach so. Sobald ihr trinkt, gibt es nichts mehr, das uns hier hält. Malas Amelin Nehalam Abelas. Ich glaube, der Solas hat gerade gesagt, dass er einen anderen Namen braucht. Weil Abelas heißt Trauer, glaube ich. Sein Name, Abelas. Er bedeutet Trauer. Ja, doch. Ich sagte, ich würde hoffen, dass er einen neuen Namen findet. Ja, okay. Wie ihr seht, ist der Eluvian unversehrt. Wenigstens in diesem Punkt hatte ich recht. Ist er immer noch eine Gefahr? Kann Korrefeus ihn benutzen, um in das Nichts zu reisen? Als ich euch durch meinen Mitnahmen sagte, ich euch, jeder Eluvian braucht einen Schlüssel. Die Quelle ist der Schlüssel. Nehmt ihre Macht in euch auf. Und Muthals letzter Eluvian ist für Korrefeus nicht viel mehr wert als Glas. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quelle so hungrig ist. Wir dürfen nicht zu sorglos sein. Ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, den die Quelle verlangt. Außerdem bin ich am besten dazu geeignet, ihr Wissen in euren Dienst zu stellen. Und um ganz nebenbei eure eigenen Ziele zu erreichen. Was wisst ihr schon von meinen Zielen, Elv? Ihr seid wie ein geifernder Vielfraß vor einem Festmahl. Man kann euch nicht trauen. Von allen Anwesenden habe ich allein die Ausbildung, um mir die Quelle zunutze zu machen. Lasst mich aus ihr trinken, Inquisitor. Welche Ausbildung befähigt euch dazu? Ich habe uraltes Wissen studiert. Bin in Mysterien eingetaucht, von denen ihr nur träumen könnt. Könnt ihr mir ehrlich sagen, jemand wäre besser geeignet als ich? Also Solus wäre eine Alternative. Dorian jetzt eher nicht, weil er jetzt nicht so viel Wissen über die Altelfen hat oder sowas generell. Aber bei Solus? Was ist mit euch, Solus? Nein, und fragt mich das nie wieder. Okay, Dorian. Was ist mit euch, Dorian? Ein Mensch aus Tevinter, der nach den letzten Resten des Wissens der Elfen grabscht? Ich weiß, warum ihr fragt. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich kann nicht dieser Mensch sein. Ja. Vielleicht habt ihr recht. Ihr wisst, dass ich recht habe. Oh Gott. Seid ihr nicht besorgt wegen des Preises? Auf immer an Myshals Willen gebunden. Gebunden an den Willen einer toten Göttin? Das klingt mir eher nach einer leeren Drohung. Sicher, ein leichtes Unbehagen bleibt. Alles andere wäre gelogen. Aber Angst habe ich nicht. Sie weiß es also nicht, ob Mythal tatsächlich noch existiert. Ich sage es ja nur ungern. Aber Abelas' Plan, die Quelle zu zerstören, war vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wenn Korifeos wieder Jagd auf euch macht? Er ist unsterblich. Die Weisheit der Quelle könnte uns einen Weg zu seiner Vernichtung weisen. Lasst mich aus ihr trinken, und ich werde als euer Schwert an eurer Seite kämpfen. Was meint ihr? In einem einzigen Punkt hat sie recht. Wir sollten die Macht dieser Quelle nutzen. Mir behakt das alles nicht. Von mir aus kann Morrigan aus der Quelle trinken, wenn sie unbedingt will. Ich denke, diese Macht wäre bei euch in besseren Händen. Aber das habe ich nicht zu entscheiden. Schluss mit dem Palawa. Also zwei sind eigentlich dafür, dass ich die benutze. Dorian wäre es eigentlich egal. Die von mir aus kann Morrigan nicht haben. Und Solos und Blackwell sind eher auf meiner Seite dafür. Aber ich ehrlich gesagt finde, dass... Morrigan hält die Macht der Quelle. Der Inquisitor hält die Macht der Quelle. Ich weiß, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dachte ich halt wirklich so, dass es besser wäre und morgen, dass sie die Quelle nimmt. Weil man bekommt Macht, aber es ist halt dann in Zukunft ein verfluchtes Leben, was man führt. Und ich bin ein Mensch, der in der Realität ganz gerne ein sorgloses Leben haben will. Deshalb ist das von meiner Seite aus, dass Morrigan die Liebe haben sollte. Lieber habe ich ein ruhiges Leben, als irgendein verfluchtes Leben. Jetzt muss man allerdings auf der anderen Seite noch die Frage stellen, was heißt es jetzt hier für den Inquisitor in Thedas, wenn wir jetzt an Mythal gebunden wären. Sie gehört euch. Solis stimmt tendenziell zu, also doch. Der Bull ist dagegen, Sandra stimmt zu, Cassandra ist dagegen, wir werden jetzt absolut dagegen. Morrigan, geht es euch gut? Ich bin unversehrt. Es gibt viel zu besprechen, aber jetzt... die Quelle ist weg, Kaperna ist weg. Der Illuvian! Durch den Spiegel. Wieso leuchte ich jetzt eigentlich so? Und wer war das gerade? Rune, Schiffl super. Wieso? Kaperna ist weg.